Eine wunderschöne Ausstellung von Studierenden von Professor Hahn und von der HAW Hamburg. Ganz verschiedene Werke. Im Forum des Élysée Grand Élysée Hotel Hamburg. Acryl auf Papier. Kaschiert auf Holz. Gouache auf Papier von einer Künstlerin, der HAW. Öl auf Leinwand. Vertrocknete Blumen, auch Öl auf Leinwand. Wunderschöne Vögel und Pflanzen in Mischtechnik. Mischtechnik auf Leinwand. Im tief verschneiten Wald. Auch Mischtechnik. Ein wunderschöner Garten. Mischtechnik auf Pappelholz. Wisdom. Vielen Dank. Acryl auf Leinwand und wieder hier Öl und Acryl. Und hier Selbstporträts von allen Künstlern.